Die Top 5 Produkte, Got Back, die Zukunft der nachhaltigen Taschen Ich liebe diesen Rucksack von Ela Mo. Er ist einfach wunderschön und durchdacht konzipiert. Das schwarze Design passt perfekt zu meiner Kleidung und der Rucksack hat genug Stauraum, um alles was ich brauche mitzunehmen. Besonders praktisch finde ich das Laptop-Fach und die Anti-Diebstahl-Tasche. So kann ich meine Sachen sicher verstauen. Ich habe den Rucksack für die Uni, Reisen und Freizeit gekauft und er hat mich nie im Stich gelassen. Eine klare Kaufempfehlung von mir. Ich habe den Ela Mo Rucksack Damen in der Farbe Rose on Rocks gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Rucksack hat ein geräumiges Hauptfach mit separatem Laptop-Fach, das für meinen 15 Zoll Laptop perfekt geeignet ist. Die Anti-Diebstahl-Tasche ist auch sehr praktisch und gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich in überfüllten Orten unterwegs bin. Der Rucksack ist auch super bequem und leicht zu tragen, sowohl als Schultertasche als auch als Rucksack. Die Farbe ist auch sehr schön und die Qualität des Materials scheint auch sehr gut zu sein. Ich würde den Ela Mo Rucksack auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin absolut begeistert von meinem Johnny Urban Rolltop Rucksack. Die Größe ist perfekt, um all meine Sachen für Uni oder Business unterzubringen und ich benutze ihn auch gerne beim Fahrradfahren. Der Rucksack hat ein stilvolles Design, das zu jedem Outfit passt und gleichzeitig eine nachhaltige Wahl ist. Ich mag besonders die wasserabweisende Beschichtung, die meinen Laptop und andere wichtige Dokumente vor Feuchtigkeit schützt. Ich würde diesen Rucksack jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem langlebigen und praktischen Rucksack ist. Ich habe mir kürzlich den Johnny Urban Rucksack Damen und Herren, Robin Medium Rolltop mit Laptopfach für Uni-Business-Fahrrad, 15 Liter, nachhaltig, wasserabweisend gekauft und ich bin begeistert. Der Rucksack sieht nicht nur stylisch aus, sondern ist auch sehr funktional. Das Laptopfach ist super praktisch und bietet genug Platz für meinen Computer. Zudem ist er wasserabweisend, was bei unerwarteten Regenschauern wirklich nützlich ist. Ich verwende ihn sowohl für den täglichen Gebrauch als auch auf Fahrradtouren und er erfüllt alle Anforderungen perfekt. Ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich liebe meinen Johnny Urban Rucksack. Ich habe ihn sowohl für die Uni als auch für den täglichen Gebrauch auf dem Fahrrad benutzt. Er bietet genug Platz für meinen Laptop und alle anderen wichtigen Dinge, die ich unterwegs benötige. Der Rolltop-Verschluss hält alles sicher und trocken, auch bei Regen. Außerdem finde ich es toll, dass der Rucksack nachhaltig und umweltfreundlich produziert wurde. Das Design ist auch sehr stilvoll und passt zu jedem Outfit. Ich kann diesen Rucksack definitiv weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.